Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Tutorial. Ich möchte mit euch heute mal was großes bauen, beziehungsweise ein schönes Department. Ein Polizeidepartement, eine Polizeistation, ein Police Department, wie man es auch nennen möchte. Wir nennen das heute einfach mal eine Polizeistation möchte ich mit euch bauen. Mit Fahrzeugen, inklusive Fahrzeugen, liebe Leute. Ja, so läuft das hier. Ja, wir brauchen erstmal gar nicht so viel. Wir brauchen polierten Durit, dann brauchen wir polierte Duritstufe, dann schwarzen Beton, dann Eisengitter und schwarz gefärbtes Glas. Als erstes nehmen wir mal den polierten Durit, setzen 9 Blöcke in eine Reihe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann nehmen wir eine Stufe, beziehungsweise 4, setzen die hier so hin. Dahinter können wir auch mal wieder Durit setzen. Setzen die nächste Stufe drauf. Und fangen von hier wieder an, 9 Blöcke in die Reihe zu setzen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir können jetzt auch schon mal von hier nach hinten gehen. 10 Blöcke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auf der anderen Seite machen wir das auch. Das Police Department geht nicht so weit nach hinten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Können wir natürlich auch schon mal jetzt komplett so verbinden. Dann habt ihr auf jeden Fall schon mal so die Größe des Polizeidepartments. Polizeistation, oh Gott, es gibt zu viele Wörter dafür. Ihr wisst auch mal, was hier gebaut wird. So sollte das erstmal aussehen. Das ist so der Anfang. Also hier ist der Vordereingang, der Haupteingang. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Setzen sieben Blöcke nach oben. Einen haben wir ja schon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andere Seite machen wir das natürlich auch. So, einer fehlt noch. Ja, das passt auf jeden Fall. Dann können wir das hier schon ein bisschen verbinden. Gut. Hier können wir das auch schon mal verbinden. Hier geht einfach so weit bis hier unten hin. Das passt ja auf jeden Fall schon mal. Dann auf der anderen Seite machen wir das natürlich auch. Es soll ja alles symmetrisch sein. So, es ist so ein bisschen ein Mix aus moderner Polizeistation und, ja, älterer Polizeistation. So kann man es vielleicht mal nennen. Dann brauchen wir hier die polierte Durittreppe. Setzen wir einmal so rum ran und einmal so rum an. Das ergibt dann so eine schöne Säule. Das gefällt mir sehr gut. Da machen wir das hier natürlich auch. Und da natürlich auch. Ja, wie gesagt, das ist hier der Haupteingang. Da nehmen wir jetzt schon mal den schwarzen Beton für. So, setzen jetzt hier komplett das Kästchen einmal so aus, bis nach oben hin. Hoppala, so auch. Dann hier mittig kommen zwei Glasblöcke rein. Also zwei schwarz gefärbtes Glas einmal rein. Dann nehmen wir diese polierte Treppe, gehen mal ein bisschen nach außen und setzen die so rum rein. Jetzt können wir schon die Türen eigentlich reinsetzen, wenn wir einen Boden hätten. Hoppala. Da haben wir einen Boden. Da können wir auch schon mal die Türen reinsetzen. Schön, dass ich die nicht im Menü habe. Aber wir holen sie uns. Wir nehmen diese Schwarzeichen-Tür. Die gefällt mir am besten bei diesem Polizeidepartement. und setzen die bitte von innen so rum rein, weil dann hat man vorne noch wie so eine Art Fußmatte, Vorraum, wie man es auch nennen möchte. So, dann können wir aber auch schon mal hier mit dem Dorit komplett das ganze Gebäude umranden, wie wir es unten gemacht haben. Müsst natürlich aufpassen, dass ihr genau auf eine Höhe seid. Ja, das passt alles hier, weil sonst sieht das nachher krumm und schief aus. So, ein bisschen fehlt noch ein Block, zwei Blöcke. So, jetzt passt es aber. Dann einmal wieder rum. Zack, einmal direkt verbunden. Können wir natürlich jetzt auch schon mal die obere Etage machen. Nimmt da drei Blöcke nach oben und zieht das jetzt zu, dass wir mittig immer zwei Blöcke haben. Seht ihr ja, zwei Blöcke passen hier zwischen. Das meine ich damit, ne? So, hier auch zuziehen. Und hier werden wir das dann alles einfach zumauern, weil an den Seiten und hinten gibt es keine Fenster. Das bleibt dann einfach so. Das wird alles auch noch zugemauert. Das werde ich gleich mal eben schnell tun. Das möchte ich euch nicht antun, diese ganze Bauerei. So, dann gehen wir mit den Fensterblöcken genau bis hier zu dieser Treppe, zu dieser Stufe. Auf der anderen Seite machen wir das auch, weil die Mitte wird erstmal anders bebaut. So, da kommt der polierte Durit rein. Weil hier steht nachher der Polizeischriftzug auf Englisch. Police steht nachher hier drin. So, dann werde ich das mal eben hier schnell fertig bauen. So, da habe ich mal eben hier die weiße Umrandung hier an den Seiten und hinten habe ich hier das alles mal eben zugebaut. Dann habe ich nochmal mit schwarzem Beton einfach das Dach hier so zugebaut. Setzt da einfach komplett so eine Platte drauf und lasst da aber bitte den Rand hier frei, damit man den Durit noch sieht. Und diese große Flächenarbeit, das mache ich so, das cutte ich dann raus. Ich erkläre euch das, aber zeige euch das auf jeden Fall noch, dass ihr jeden Schritt nachvollziehen könnt. So, dann gehen wir jetzt mal eine Etage tiefer, benutzen diesen schwarzen Beton und ziehen jetzt hier so eine Art Wand rein. Genau, so, lasst immer bitte hier Platz für den Durit. Da bitte nicht drauf bauen. So, ziehen wir erstmal so eine Art Platte rein. Das ist jetzt gleich die Front. So, dann gehen wir jetzt mal nach außen hin. Setzen jetzt zwei, beziehungsweise drei Fenster rein. So, ich zeige euch gleich noch. Immer mit einem Abstand, da fängt es an, da ist ein Block, da ein Block, da ein Block, 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 Schwieriges Wort. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Von unten sind es zwei Blöcke, die ihr freilassen müsst. Ja, genau, zwei Blöcke. Dann setzt ihr einfach diese Eisengitter rein. So, by the way, ich spiele ja auf dem Stadttexture Pack oder mit dem Stadttexture Pack. Da sehen in verschiedenen Texture Packs, sehen die Gitter ja anders aus. Deswegen, das sind die Stadttexture Pack Eisengitter. So, dasselbe macht ihr gleich auf der anderen Seite auch. Und hier wird wieder alles komplett mit dem schwarzen Beton so rumgezogen. Ich kann euch das mal kurz demonstrieren. Ihr zieht jetzt einfach komplett hier eine ganze Wand bis hinten hin. Bis hier hin zieht ihr den schwarzen Beton rein. Natürlich da auf der Seite auch diese drei Eisengitterfenster. Ich werde das mal eben so machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, von hinten wie von der Seite und von vorne ist das Gebäude jetzt eigentlich fertig. Jetzt gehen wir ins Innere. Jetzt kümmern wir uns um die Inneneinrichtung. So, schön. Einmal rein hier in die gute Stube. Jetzt müssen wir wieder den polierten Dorit nehmen. Wir fangen direkt mit dem Boden hier an. Direkt wo die Tür ist, auf dieser Höhe. Man kann das natürlich hier alles noch schön ausbauen, aber das braucht ihr gar nicht hier. Die ganzen Lücken und so. Wir werden jetzt komplett einen Doritboden hier reinziehen. So. Dann werden wir gleich eine Gefängniszelle hier reinbauen. und verschiedene Schreibtische und einen Empfang. Das dürfte dann eigentlich reichen für eine Polizeistation. So. Ziehen wir mal mit dem Boden rein. Das brauche ich hier nicht rausschneiden. Das ist ja schnell gemacht. So. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch so sonst noch als Tutorials wünscht. Vielleicht eine Feuerwache. Oder da gibt es noch so viele Sachen. Lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare. So. Wir haben den Boden eingerichtet. Wir nehmen jetzt den schwarzen Beton. Ich habe hier ein paar Fackeln verteilt. Die haben aber nichts zu sagen, weil ich brauchte einfach nur Licht. So. Das sieht ein bisschen komisch alles aus. Das könnt ihr so ein bisschen auskleiden. Hier haben wir auch noch mal so eine Ecke. So. Dann sieht das ein bisschen, ja, förmlicher aus. Jetzt lasst ihr bitte zwei Blöcke hier frei. Und fangt jetzt hier mit der Mauer an. Zieht einfach komplett, einfach mal hier so eine Mauer, hoppala, eine Mauer rein. Die sollte erstmal drei hoch sein. Dann geht ihr hin, mittig, nimmt ihr zwei Blöcke raus für die Türen. Dann nimmt er hier bitte einen Block raus. Und hier hinten einen Block raus. Jetzt brauchen wir Eisentüren. Zwei Eisentüren brauchen wir. Dann brauchen wir Hebel brauchen wir. Und wir brauchen noch, wo sind sie, wo sind sie, genau. Diese Monsterspawner brauchen wir jetzt auch noch. So. Die Monsterspawner dienen ganz gut als Eisengitter. Ich finde die ganz cool. Also es passt ganz gut. Könnt ihr natürlich auch nach vorne bauen, wenn euch diese Gitter nicht gefallen. Also ich finde beide eigentlich ganz gut. Dann nehmen wir diese Eisentüren, setzen die hier rein. Links, also rechts und links, einen Hebel hin, damit wir auch hier die Türen öffnen können. Machen wir erstmal beide auf, weil wir jetzt auch erstmal eine Decke reinziehen müssen. Das heißt, wir ziehen jetzt hier eine Decke rein, werden das aber gleich hier noch mit Glowstone bearbeiten, damit auch die Häftlinge ein bisschen Licht haben. Die Fackeln kommen hier raus. So, wir werden genau das ganze Polizeirevier mit Glowstone bearbeiten, dass wir überall auf jeden Fall, obala, Licht haben. Das können wir jetzt auch schon mal von hier oben machen. Wir können auch schon komplett so mal die Decke hier so zuziehen. Das Gebäude oder die Räume werden drei Blöcke hoch werden. Das dürfte reichen. Wenn es euch nicht reicht, könnt ihr natürlich hier oben auch noch was hinbauen. Also Platz ist ja reichlich da, aber fürs Nötige ist gesorgt. Und ich denke mal, das reicht erstmal für eine Polizeistation. für ein Police Department. Hört sich irgendwie cooler an. So. Jetzt gehe ich mal lieber runter, bevor ich mich hier noch einbaue. Upp. So. Nein, so nicht. Ja. Ich sehe gar nichts. Mein Fernsehen blendet total. Das ist ja witzig. Ist ja witzig. Ich muss ja immer eine Fackel setzen. Ach, da fehlt dir der Block. Ah, ist echt lustig. Von hinten scheint die Sonne und auf dem Bildschirm schwarz. Kann man echt schwer erkennen. So. Schluss mit den Ausreden. Jetzt geht es erstmal weiter. Hier, wir brauchen Glowstone. Hier machen wir einen Vierer Glowstone rein. Äh, eins, zwei. Äh, genau. So. Versucht das so mittig zu setzen. So, dann haben die auch Platz hier. Das passt halbwegs. Hier werden wir nicht großartig was einrichten, weil es ist nur eine Übergangszelle. Die sollen sich hier nicht ausbreiten. Dann geht ihr halt nach vorne. Ah, ist ja witzig. Ich sehe fast gar nichts. So. Und setzt jetzt einfach immer mit einem Abstand diese Glowstones hier rein. Das sind die Deckenlampen. So, ich glaube, einer geht noch. Ja, einer geht noch, genau. Einer geht gar nicht mehr. Ah, hat das wieder geblendet. Ja, toll. Ist nicht so schlimm. Passt ja trotzdem von den Abständen. Dann kann die Fackel erstmal weg. Oder überhaupt, diese Fackeln können weg. Die stören ja irgendwie nur. Das habe ich nur gemacht, weil es sonst zu dunkel hier drin ist. Jetzt, so und so. Schließen wir mal ab hier. Nicht, dass die Häftlinge abhauen. Dann können wir hier noch eine, ähm... Ne, wir machen das mit dem Empfang weiter. So, lasst bitte hier zwei Blöcke frei. Jetzt werde ich einfach mal, ja, ich werde einfach mal so Schreibtische hinbauen. Machen wir das halt so. Wir brauchen jetzt, ähm, Steintreppen brauchen wir. Hier sitzen die Kollegen dran. an ihren Schreibtischen und bearbeiten irgendwelche Fälle oder nehmen irgendwas auf. So, vier Leute können da sitzen. Dann brauchen wir Gegenstandsrahmen und wir brauchen, als Tastatur brauchen wir beschwerte Druckplatte. Schwer. Jeder bekommt erstmal eine Tastatur hier, damit die alle ordentlich an ihren PCs arbeiten können. Dann nimmt er einfach, weil es ist ein Gegenstandsrahmen und packt den hier vorne. Eigentlich sollte er hier dran. Auch nicht schlecht. Ah, Moment. Was haben wir sofort? Nein. So sollte das aussehen. Oh, warum will er das denn nicht? Ist ja witzig. Hä? Bin ich jetzt komplett blöd? Ah. Muss man genau in die Spalte anvisieren. So. So, da können Sie auf jeden Fall die ganzen Fälle bearbeiten. Hier vorne ist der Empfang. Hier steht dann der Kollege und nimmt irgendwas auf, was gerade so passiert. Dann machen wir noch eine kleine Sitzbank hin für Leute, die warten müssen. Wir brauchen mal eben genau Schwarz-Eichen-Holz-Falltür. Langes Wort. Wenn wir mal diese Bank hier so ein bisschen, ja, sieht ein bisschen schöner dann aus. Es soll ja nicht zu viel drin sein in so einem Polizeirevier. Wenn ihr noch andere Ideen habt, könnt ihr natürlich noch mehrere Sachen reinbauen. Auf jeden Fall war das hier erstmal der Innausbau hier. Dann gehen wir jetzt erstmal raus und kümmern uns um den Vorplatz. Wir brauchen erstmal ein bisschen Grün. Wir nehmen dafür, ich nehme immer gerne dieses Dschungelholz, setzen acht Stück rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hier natürlich auch. Wir begrünen das jetzt hier und hier an den Seiten machen wir das auch. Hier brauchen wir nicht mehr zählen. Jetzt ziehen wir das einfach so auf dieselbe Länge wie da hinten. Hier auch natürlich. Einer fehlt noch, ne? Dann brauchen wir ganz normalen Stein. Wir nehmen ganz normalen Stein hier. Müssen das jetzt erstmal alles hier rausnehmen. Hier überall komplett alle drei Spalten und besetzen das mit Stein. Ich werde das mal eben machen. So, die Polizeiwache, der Innenausbau, der Außenausbau, der vordere Bereich der Polizeiwache ist jetzt fertiggestellt. Die Fahrzeuge, die ihr auf dem Thumbnail gesehen habt, den SWAT-Wagen zum Beispiel, das Polizeimotorrad hier mittig und der Streifenwagen und der Helikopter, der LAPD-Helikopter, Los Angeles Police Department, hatte ich ja dran geschrieben mit Bannern. Die findet ihr in der Playlist, in der Fahrzeug-Playlist. Die werde ich auch am Ende einblenden. Da könnt ihr dann mal die Playlist durchstöbern. Da gibt es auch andere schöne Tutorials. Und wie gesagt, die ganzen Polizeifahrzeuge, die hier zuhören, gibt es auch in der Playlist. Ich muss nur dazu sagen, der Helikopter, das ist der Rettungshelikopter in der Playlist, nur in blau umgebaut. Also ihr könnt den 1 zu 1 so nachbauen. Das SWAT-Fahrzeug gibt es 1 zu 1 in der Playlist. Könnt ihr genauso gut nachbauen, wie das Polizeiauto. Dann gibt es sogar noch zwei verschiedene Streifenwagen, die ich auch in der Playlist drin habe. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Vielleicht gefallen euch die Polizeiwagen auch gut. Dann gibt es sogar noch einen Gefangenentransporter-Bus, wie aus GTA. Den könnt ihr gerne auch noch hier in die Polizeistation reinbauen, wenn ihr noch Platz findet. Also wie gesagt, ich werde die Playlist gleich noch einblenden. Ganz wichtig, da findet ihr alles andere noch zur Polizeistation, was dazu gehört. Ja, ich habe nochmal hier mit der blauen Keramik hier ein Quadrat um das ganze Gebäude rumgezogen. Das soll so ein bisschen Sperrgebiet heißen oder bedeuten. Das heißt, hier dürfen nur Polizeifahrzeuge parken oder überhaupt drauf auf dem Gelände sein. Dann, ganz wichtig, Banner müsst ihr dann auch noch erstellen. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, schaut euch irgendwelche Tutorials auf YouTube an. Das würde sonst jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall braucht ihr dann sechs Buchstaben und zwar diese Police-Buchstaben. Buchstaben, Buchstaben. Setzt ihr dann einfach hier oben an. So. Ich habe immer weiße Banner benutzt mit schwarzer Tinte und dann ergibt sich halt das Wort Police, liebe Leute. Dann nimmt ihr nochmal ein Schwarzeichen-Schild am besten, packt das hier bitte dran und schreibt das auch nochmal dran, das Wort Police, damit die Leute wissen, wo die sich gerade befinden. Aber man erkennt es ja schon oben an der Überschrift, dass das ein Polizeidepartement ist oder eine Polizeistation ist. Ja, liebe Leute, das war es mit dem Tutorial. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Es würde mich sehr, 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 sehr doll freuen, wenn ihr dieses Tutorial liken würdet. Es hat mir sehr viel Mühe gemacht, so eine Polizeistation aus dem Boden zu stampfen. Das ist alles aus meinem eigenen Kopf entstanden. Ich habe nirgendwo was abgeguckt. Es ist einfach aus meiner Fantasie entstanden. Ja, liebe Leute, das war es mit dem Tutorial. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt und würde mal sagen, ich bin raus und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Minecraft Tutorial.